sechs leichtpanzer mal präsentieren und zwar den stingray wie man hier schon sieht mit seiner ganzen bracht natürlich wir sehen auch dass wir den so abgegradet haben dass er definitiv schon fahrtauglich ist also da sollte man auf unsere kosten kommen und da werdet ihr euch fragen was ist denn der stingray überhaupt dieser in den vereinigten staaten entwickelte leichtpanzer wurde in den 1980er jahren als teil einer ausschreibung zum ersatz des m551 sheridan entworfen die produktion mega 1984 seit den frühen 2000er jahren wird der stingray 1 exklusiv von der thailändischen armee erworben ja da haben die thailänder auch mal ein schönes gerät von dem her alpha schaden 381 durchschlag auch sehr gut anhaltender schaden 3410 und natürlich der schutz für den leichtpanzer so la la dafür mobilität ortung zielerfassung alles sehr solide werte ich würde sagen genug der worte wir springen rein in armad warfare mit dem stingray ja da sind wir also im gefecht auf der karte einsamer insel sind hier 7er 6er kleines fünfer gefecht noch und sehen hier einfach mal wieder mal die optik für die dieses spiel einfach so gut und so bekannt ist auch hier das hovercraft ist einfach nice kann man sagen was man will und stingray kann man auch lassen gibt es auch nichts zu mäkeln so aber natürlich leichtpanzer da will ich jetzt nicht zu sehr an die front da werde ich versuchen dass die taktik so von hinten so ein bisschen rein zu halten auch natürlich mit dem e zu arbeiten dass man vielleicht ein bisschen unterstützung bekommt und beziehungsweise schnelligkeit noch ausspielen und natürlich auch granaten ganz klar das sind so die sachen die passieren sollen man sieht ja jetzt hier mit dem e schneller durchs wasser bisschen gas geben und wir laufen schön auf dem t2 ja der also aus vollster geschwindigkeit so stehen zu bleiben ist natürlich jetzt auch nicht so optimal langsam fliegendes geschoss wir sind auch erst spät müssen wir gerade aufpassen thema arti hier wieder daneben gesammelt aber die arti ist ja hinten offen gewesen so leider kann man jetzt auf die nicht drauf zum wirken ich bin schon wieder erspät die frage ist von wem oder was von dem aber der ist jetzt weg da ist er wenigstens mal zerstört auch immer wichtig da die spotter weg zu bekommen da der nächste und da noch mal schöner hit wer schießt mal den rauch weg dass man jetzt mal nicht mehr aufgeben so kommst du noch weiter hinter so nochmal geschwindigkeits boost an und weiter zur nächsten stellung so gesehen komm ich nicht drauf aber jetzt auf den vfm schöner hit immer aufpassen nicht nur auf eine seite konzentrieren sondern man sieht plötzlich taucht auf einmal einer neben einem auf so auch schön also bisher kann man kann mir gut den schaden anbringen klappt sehr solide so der begleitpanzer fährt vor von unten drücken sie auch ein bisschen nach der t 72 da aber kleidpanzer fährt weg dann lassen wir es auch erst mal gut sein naja nicht getroffen beziehungsweise keinen schaden anbringen können so und jetzt von da hinten abgeprallt jetzt muss ich mich mal so stellen dass ich nicht die ganze zeit von dem auf die mütze bekommen ich komm schon raus aber bisher wie gesagt kann ich nicht beklagen gott sei dank verstört so jetzt bin ich offen muss hier weg das ding ist schon ganz schön im eimer deswegen schnell davor jetzt auch den rauch gezündet so der ist weg und jetzt sind es noch lediglich zwei gegner davon einmal einmal die arti also das läuft deswegen kann man da jetzt auch noch gucken ob wir die finden aber ich bin schon froh überlebt zu haben quietscht shepherd alles dabei arti zerstört und jetzt noch der t 72 da hinten aber auch der macht es nicht mehr lang da fahren alle drauf wie jenen mir natürlich eingeschlossen aber ihr seht der geht jetzt dauernd und da ist es auch schon beendet so runde geschafft schau mal was am ende des tages zu buche steht auch mal schön ich glaube mal hier ein leichtpanzer zu sehen nicht immer nur artis und schwere panzer weiß ich ja sonst sehr stark favorisiere sondern mal ein leichtpanzer ist doch hoffentlich auch mal ein netter zwischen step und ja 1980 schaden gemacht 6 erspäte 4 assists von der performance immer von den xp auf platz 4 gelandet und im schaden auch also platz 4 platz 4 und unterm strich gab 96.000 credits raus ja ich denke mit der runde kann man auch im groben und ganzen ganz zufrieden sein ich hoffe euch hat es gefallen wünsche ich alles gute bis zum nächsten mal euer ekaramba